Es geht eher so um das Momentum und da muss man sagen, dass das Momentum, wenn man von Favoritenrolle sprechen kann, wenn ich nur das Momentum nehme, natürlich auf der rumänischen Seite ist, weil das ein bisschen die Überraschungsmannschaft des Turniers ist. Sie spielen sehr unorthodox, sie haben garantiert morgen bestimmt die Hälfte mindestens des Stadions hinter sich. Da gibt es auch, das merkt man, dass die Fans, die rumänischen Fans, dass die ihre Mannschaft extrem nach vorne pushen. Natürlich erfüllt es einen mit Stolz und man will auch die Leute zu Hause stolz machen, seine Freunde, seine Familie. Und ja, deswegen wäre es, glaube ich, für alle schon ein sehr emotionales Ereignis, wenn wir es schaffen würden, ins Finale zu kommen. Gar nicht, weil wir uns auch gar nicht damit beschäftigen wollen, was wäre, wenn, sondern für uns ist es einfach wichtig, dass wir morgen das Spiel richtig angehen. Und dann wollen wir verhindern, dass wir morgen, beziehungsweise übermorgen dann schon nach Hause fahren.